Hallo und liebe Grüße hier aus dem Rathaus in Erfurt. Ich begrüße mit großer Freude einmal an meiner Seite den Oberbürgermeister der Stadt Erfurt. Hallo und herzlich willkommen, Andreas Bauswein. Und an meiner anderen Seite Steffi König. Hallo. Und Thorsten Roth. Hallo. Ja, grüß dich Marco. Genau, ihr seid ja von dem Projekt BEMMEN für Grundschüler in Erfurt. Seit wann macht ihr das? Seit September 2016. Was hat euch dazu inspiriert? Ja, wie gesagt, wir hatten Schulempführungstorten gemacht gehabt und hatten dazu immer eine Brotbüchse gegeben. Und da war der Anlass gewesen, okay, wenn die zurückkommen, filmen wir die für die Kinder. Und da sind leider über die Zeit, wo wir die ausgegeben haben, zwei oder drei Büchsen nur zurückgekommen, weil Kinder außerhalb jetzt oder sagen wir mal im anderen Stadtteil von Erfurt jetzt waren, oder eben, dass das nicht geklappt hat. Dann haben wir gesagt, okay, wenn das nicht so rum ist, dann gehen wir mal an die Schulen. Und da ist das entstanden. Genau, Andreas, die beiden wurden schon ehrenamtlich ausgezeichnet für das sensationelle Projekt, muss man ja schon sagen. Warum? Weil es ein tolles Projekt ist, oder wie du sagst, sensationell ist. Ich meine, es ist eine tolle Idee. Und wenn man sieht, was da auch für eine Arbeit dahinter hängt und was es vor allem ja auch kostet. Ich meine, sie machen es ehrenamtlich, aber das Geld muss ja irgendwo herkommen. Das muss auch einfach in irgendeiner Form gewürdigt werden. Und da hält es schon in den Check die ganze Zeit hin. Das kann man vielleicht auch mal erwähnen, dass eben Globus für das Projekt 500 Euro gespendet hat. Und da kann man nur appellieren an andere, macht es ihnen nach. Er angeblich auch ein bisschen Geld führt. Das ist eine tolle Idee. Und dann würde man sich wünschen, dass viel, viel mehr Menschen sich in der Art und Weise engagieren. Man muss ja immer wieder sagen, es ist ja alles nur nicht selbstverständlich. Ihr seid ja auf Hilfen angewiesen, Sachspenden, Geldspenden. Und natürlich, wenn sich der eine oder andere Erfurter dahin, wenn er Bock hat, auch das Projekt mit zu unterstützen. Jeden Mittwoch kann er sich abends bei euch melden und einfach mitschmieren. Wie viel BEM schmiert ihr so täglich in der Woche? Wie ist das? Also ein Schnitt zwischen 160 bis 350. Es kommt auf die Schulen drauf an, wie viele Schüler drin sind. Also mega. Thorsten, am Donnerstag, quasi den darauffolgenden Tag, verteilst du die BEM? Welche Schulen werden da ausgewählt? Wie funktioniert das? Also wie gesagt, das sind immer die erste bis vierte Klasse, die wir jetzt immer alles realisieren. Diese Woche ist zum Beispiel die Humboldt-Schule jetzt dran. Und nächste Woche dann die JFK, oben nach Rabenhügel. Und wie gesagt, das wird dann mal im Vorfeld mit den Schulen abgeklärt. Auch wie viel Käse, wie viel Wurstbrot, je nachdem. Manche dürfen ja kein Schweinefleisch essen. Oder auch, dass wir eben vielfach jetzt versuchen, auch nur Geflügelwurst zu bekommen. Damit dann sozusagen da keine Unterschiede entstehen. Und wie gesagt, entweder mit einem Helfer oder du warst ja auch schon einmal mit dabei, wo wir das verteilt haben. Und so läuft das dann eben ab. Sehr, sehr schön. Andreas, in Zeiten, also wir leben ja quasi jetzt im Jahr 2020. Es macht einen schon irgendwo nachdenklich, wenn Kinder auf solche Hilfe zurückgreifen müssen, aus verschiedenen Gründen. Aber trotzdem ist es schön, solche beiden neben uns zu stehen zu haben, die sich für eine Sache einsetzen. Und dementsprechend dann auch für die Kinder, dass da die Nahrungsaufnahme, das Frühstück, gesichert ist. Ja, also sehe ich genauso. Ich meine, wir leben in einer reichsten anderen Welt. Und wir haben gemessen an den meisten anderen Menschen auf dem Planeten verdammt wenig Probleme. Aber gerade weil wir in einer reichsten anderen Welt leben, ist es nur schwer verständlich, dass es Kinderarmut gibt. Oder auch Seniorenarmut gibt. Da muss man einfach gegen angehen. Wir leben zweifels auch in einem Land, wo der Staat vieles macht und auch viel hilft. Aber überall kann man auch nicht sein. Und wir sind auch auf ehrenamtliche Angesprache angewiesen. Und man sagt ja, dass ungefähr so ein Drittel der Bevölkerung sich ehrenamtlich engagiert. Das geht von Leuten los, die wirklich jeden Tag für irgendwelche Welt drum radarieren. Und andere, die vielleicht einmal im Quartal was machen. Aber muss man deutlich sagen, wenn es die nicht gäbe, sähe es ziemlich mau aus. Und sie machen das eben nicht, weil sie dafür Geld bekommen oder Geld verdienen, sondern weil sie eine Aufgabe als wichtig betrachten und damit auch der Gesellschaft dienen. Und da kann man nur den Hut vorziehen. Genau. Also ich bedanke mich ganz recht herzlich beim Oberbürgermeister der Stadt Erfurt. Vielen lieben Dank, dass du dir mal ganz kurz die Zeit genommen hast. Bei Steffi König, bei Torsten Roth. Ein sehr, sehr schönes Projekt. Und liebe Erfurterinnen und Erfurter, wenn ihr Lust und Laune habt, dieses Projekt mit zu unterstützen, ihr seid alle herzlich eingeladen. Vielen lieben Dank und euch natürlich einen guten Start in das neue Jahr. Es hat ja gerade erst begonnen. Und weiterhin viel Spaß und viel Freude bei eurem Herzensprojekt BEMEN für Grundschüler in Erfurt. Dankeschön.